Ehrlich gesagt, ich würde sie probieren zu freien, es könnte sein, dass sie tot sind, aber vielleicht finden wir dort Hinweise, wie sie gestorben sind und vielleicht finden wir da irgendwelche wichtigen Schlagpunkte, die uns vielleicht irgendwo weiterhelfen, wo wir vielleicht Sachen vom Motorms sehen und es ist auch eine Sache der Loyalität. Es war mir nicht möglich, meine Truppen weigerten sich, ihr Leben dadurch zu riskieren, dass sie meinen Befehle folgen leisten, vor allem weil es sich bei der Gefangenen um Silveri handelt. Sie fürchten, ich führe sie in eine Falle. Sie werden mir folgen, dass unsere Rechnungsmission beginnen. Nicht so negativ denken. Der Rest von uns, ganz besonders ich und der Kommandeur, wehrt sich. Er hat recht. Mordromos will, dass wir uns gegeneinander wenden. Wollt ihr dem Feind in die Hände spielen? Nein. Aber wer sagt, dass ihr nicht der Feind seid? Gunadgat, kommt mit. Alleine sind wir besser dran. Veranstaltet eure kleine Meuterei ohne mich. Oh Gott. Ich bin meinen Kameraden verpflichtet. Ich bleibe nur getan. Ihr schaufelt euch euer eigenes Grab. Dieses Lager steht keine weitere Nacht durch. Viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Oh oh, da haben wir schon die ersten verloren. Er kann auf sich selbst aufpassen. Ein weißes, altes Genie hat mal gesagt... Danke, Taimi. Aber spart euch die Asura-Weisheiten erst mal. Ich hab jetzt keinen Kopf dafür. Ach, Taimi. Was soll ich machen? Okay. Ähm, wir gehen mal mal hinten zu dem, äh, gefangenen Soldaten. Sogar soll mir lang gehen. Blutspuren, aber keine Leichen. Sieht nicht gut aus. Ich hab Angst. Ich hab Angst, was uns erwartet. Große Angst. Und da, wo wir jetzt weniger sind... Äh... Oh Gott. Neue Gegner. Die irgendwie Richtungsfelds haben. Die sehen noch wachbar aus. Was sind das? Mutrem-Kreaturen. Neue Mutrem-Kreaturen. Okay. Wow. Wird nicht eben werden. Wir sind hier oben. Kommande. Oh. Habt ihr das gehört? Es kam von über uns. Vom oberen Treppenabsatz. Der Gegner sammelt Leichen und Gefangene. Das ist das erste Mal, dass wir einen Eindruck davon bekommen, wo sie landen. Äh, wir sollten nach hier oben gehen. Hop-Hop. Keine Zeit verlieren. Ranken. Ranken sind nicht gut. Ich mag keine Ranken. Keine Ranken. Aber... 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 Ich sollte mal ein bisschen aufpassen, was ich hier mache. Wir erwarten uns neue Wächter. Oh Gott, was ist das? So, hier. Man sieht, wir haben ja auch noch eine neue Balke. Äh, neue Balke, genau. Einen neuen Ball kennen. Ja, man sollte nicht in den Sachen da stehen, eventuell. Habt ihr das Gefühl? Kämpft ihr auch mit? Oder muss ich hier alleine kämpfen? Bärchen, du kannst auch mitkämpfen. Ich kämpfe hier gerade alleine. Wenn wir da noch ein Wachtposten... Dann sollte das auch gemacht sein. Ich wusste, jemand würde uns retten. Danke. Oh, sie leben noch. Das ist perfekt. Also hat es sich gelohnt. So, hier sind neue Gegner. Teil... Ja, wieder solche neuen Motoren sind immer noch... Wir kommen näher in den Dschungel rein. Ich habe Angst, dass uns hier noch erwartet. Große Angst. Und ich glaube, uns wird noch Großes bevorstehen. Oh mein Gudnes, ich bin hier schon leicht am Freck. Okay, diese roten Felder, davon sollte man nicht drauf gehen. Das sind keine nur grafischen Objekte. Die machen einem auch Schaden. Ich brauche nur mein Gewehr und freie Schussbahn. Wir haben schon den ersten Gegner. Seid gegrüßt, Bruder. Die Stärke des Wohls und sichern. Macht euch Angst hier vor. Macht uns Ruhe. So, hier. Nein, werden wir nicht. Wir werden uns weigern, ihm zu dienen. Schaden drücken. Immer schön aufpassen, dass wir nicht zu viel Schaden von den kleinen Mobs drumherum bekommen. Und hier. Ah, okay. Wenn er diese Überkopplungsleiste anhat, dann können wir ihm keinen Dings schaden, was das ist. Ich weiß nicht genau. Oh mein Gott. Leute, übertreibt mal. Übertreibt. Übertreibt. Übertreibt, Leute. Undis geht weg. Ah. Gleich haben wir es geschafft. Perfekt. Uhu, wir sind gut. Ey, was müssen wir noch machen? Ach, alle Gegner besiegen. Okay. Ah, die Paronis, die schaffen wir noch. Wir haben hier schon quasi den Hauptgegner erledigt. Erfolgreich. Noch ist alles machbar. Wir sind lieber wieder zurück zum Lager. Gut, dass ihr lebt. Wir hatten schon das Schlimmste befürchtet, nachdem ihr verschwunden seid. Was war denn los hier? Mordremos Streitmacht hat uns überwältigt. Sie haben uns hier eingesperrt mit Leichen von der Absturzstelle. Die anderen haben sie nach Süden gebracht, um sie in die Armee des Dschungeldrachen einzureihen. Wir wären die Nächsten gewesen. Uns hat er nicht verdreht. Und nun werden wir es Mordremos horten, gebührend reizahlen. Oh ja, das werden wir. Wenn wir zusammenarbeiten, muss nicht alles verloren sein. Ja, wir schaffen das. Wenn alle gemeinsam zusammenhaken, dann ist das alles machbar. Sonst wird das nicht so einfach. Diese Taschenreptoren habe ich in der Beta schon erfolgreich gesehen. Und glaubt mir, sie machen viel Schaden. Also immer schön töten. Die haben nicht viel Leben, aber können viel Schaden machen. Deswegen tötet sie am besten so schnell, wie ihr könnt. Weil sonst habt ihr eben kein Problemchen. So, hier. Taschenreptoren. Von Mass, würde ich sagen. So, und. Gehen wir zurück. Alle Mann angetreten. An die Arbeit. Ist noch lange hin, bis es Tag wird. Na los! Tötet oder verkrüppelt sie. Und dann bringt sie zu mir. Oh mein Gott, Mordromos. Wir haben Mordromos gehört. Nein, nicht verkrüppeln, bitte. Ich will doch nicht sterben. Nicht, nicht heute. Mordromos. Nicht heute. Nein, das reicht nicht. Wir müssen alle töten. Ich sterbe. So, hier noch den Wach. Das war so klar. Die können es anscheinend unsichtbar machen. Aber gut. Wacht, herrollt. Wacht, herrollt. Achso, okay. Gibt es nur noch mehr? Ich habe Angst, dass irgendwo welche herkommen. Hinten. Oh, ja. Oh nein, nicht diese Linien. Die sind nicht gut. Habe ich gelernt. Ich habe mich ein bisschen in den Hintergrund gehalten. So. Noch ein bisschen. Oh Gott. Äh. Ja, ich koppel hier schon rum. Diese Bögen, die machen scheiße viel Schaden. Beziehungsweise die Pfeil oder was das ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen hier noch ein paar kloppen. Da hinten kommen noch welche. Also... So. Hier. Hier. Nimmt das. Nimmt das alles. Was habt ihr davon? Ihr probiert, uns anzugreifen. Motrim. Wir sind stark genug, euch alle in die Kranken zu weisen. Oh Gott, wir sind schon wieder neu gespawnt. Leute, übertreibt nicht. So. Nein, nein. Äh, was? Der Dschungeltragen kann mir nichts. Gar nichts. Nein, ich schon wieder... Oh Gott, ich übersehe die immer. Diese roten Linien, die nerven. Aber ich werde geheilt, das ist super. Oh, Champion. Champion, Hilfe, Hilfe. Ich muss auf mein Leben achten. Ah Gott. Leute. Das wird mir ein bisschen zu viel. Okay, ich habe wieder ein bisschen Leben. Ich fühle mich wieder ein bisschen sicherer. Ich will mir ein bisschen Schaden zudrücken. Nein, ihr geht bitte weg. Euch mag ich noch weniger. Ein bisschen Heilung. Wir müssen diesen... Wach... Kavalier... Aha. Und ich habe das Gefühl, dass ich fast gar keinen Schaden mache. Oh. Oh mein Gott. Wer war... Rittlock ist gekommen. Eure Klingeln schützt eure Eingeweide. Ich bin wieder da. Wie geil sieht das denn bitte aus? Wie geil ist das denn gemacht? Wie geil ist das denn gemacht? Mit Rittlocks Hilfe kämpfen wir noch gern gegen den Boss. Geht weg. Geht weg. Was ist das? Ihr könnt es übertreiben. Hopp. Jeder mit der miesen Breitrühe. Was? Dieser Wachkavalier kann uns gar nicht. Verdammt. Mal darauf achten, wenn dieser Balken so blau ist, dann kann man... Kling quasi mit Vergeltung oder was das ist. Weiß nicht. Oh Mann, ist das schnell. Ach, der kann mich unterbrechen. Genau. Bin ich da. Halt mich nicht an. Nicht mich. So. Das klappt doch relativ gut, wenn alle draufhauen. Oh Mann, ist ein bisschen zu spät. Ist ein bisschen, ein bisschen zu kurz. Kann man da nicht ein bisschen länger? Bitte lasst mich in Ruhe. Habt ihr nichts getan? Gar nichts. Du sollst einfach nur sterben und sonst nie rumgelassen. So, beim nächsten Mal, wenn er das probiert. Ich probiere es nochmal, wenn wir es nochmal miterleben. Ah nee, man muss halt den Balken komplett runterschlagen, damit man... ... damit er seine Attacken nicht macht. Aber das schaffe ich mit dem einen Skill nicht. Jetzt ist er sowieso gleich down. Ja. Fürs Erste, ja. Ich glaub, wir werden noch so den ein oder anderen Motoren besiegt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich mich euch anschließe. Sah so aus, als bräuchte ich Hilfe. Das finde ich doof. Oh ja. Ja. Betrachtet eure Bitte als genehmigt. Viel Glück, Larrantir. Möge die blasse Mutter uns alle führen und beschützen. Mal herhören, wir brechen das Lager ab. Bringt die Verwundeten in die Silberwüste. Larrantir bleibt hier und sichert das Gebiet. Danke, Kommandeur. Ich begebe mich in höher gelegenes Gebiet. Die blassen Räuber wurden unterwiesen, dorthin zu gehen. Und sprecht bitte mit einigen der blassen Räuber, die wir gerettet haben. Sie könnten wertvolle Informationen gehört haben während ihrer Gefangenschaft. Oh, und da haben wir anscheinend schon den ersten Storyabschnitt abgeschlossen. Soll ich in die Nebel eintauchen? Wo seid ihr denn gewesen? Wie habt ihr neue Magie gelernt? Für so etwas habe ich keine Zeit. Schaut, die Geschichte ist voller legendärer Figuren. Helden und Bösewichte. Idole, Idole und Monster. Während ich in den Nebeln war, habe ich gelernt, mir ihre Kraft zunutze zu machen. Klar. Äh, klar. Aber ich habe noch viel mehr Fragen. Sperrt sie euch. Wir haben eine Mission zu erledigen, Soldaten. An die Arbeit. Oh ja. Wir haben wieder tolle Beute anscheinend bekommen. Er kämpft auch anders. Wie macht er denn das, was er da macht? Ganz egal. Es funktioniert. Ich bin froh, dass er hier ist. Ich auch. Ein gutes Omen. Wir haben schwere Verluste erlitten. Aber die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Ja, das ist noch lange nicht. Wir haben ein bisschen Loot bekommen. Ich sehe ein paar verschiedene Beutel. Flassen, Luftschiffs, Öl. Okay. Foliente der Maguma-Beherrschung. Tritt direkt nach der Betätigung in Kraft. Bewährt eine große Menge Herz- und Maguma-Erfahrungspunkte. Okay, wow. Und wir haben Beherrschungspunkt verdient. Ihr habt euren ersten Beherrschungspunkt erhalten. Beherrschungspunkt erlaubt es euch, Stärken und Belohnungen zu verdienen, die in bestimmten Regionen hilfreich sind. Okay, das ist doch super. Das klingt toll. Was die Beherrschungen sind und was uns im nächsten Story-Part erwartet, das sehen wir im nächsten Part von Heart of Thorns. Let's story Heart of Thorns. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es euch gefällt, könnt ihr dieses Video gerne bewerten und gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Heart of Thorns haltet. Ich bin mega gehypt und finde dieses Spiel einfach noch so umwertend. Es ist so viel neuer Content. Das ist schon quasi erdrückend. Aber wir werden nach und nach alles mal erkunden, reinschnuppern. Und ja, es ist mega, mega cool. Und ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part hier dabei. Bis dahin, euer Crazy Game. Ich hoffe, ihr seid mir dabei. Untertitelung des ZDF, 2020